Musik Liebe Freunde, willkommen zurück zu Nucle-Yard-Rome! Mein Gott, liebe Freunde, wie lang ist es her? Ich sag's euch, der 10.06.2015 war das Datum, mit dem ich zum allerletzten Mal Nucle-Yard-Rome gespielt hab auf meinem Channel. Nucle-Yard-Rome Part 8 und es war als Chicken, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Und danach, keine Ahnung, hab ich das Game nie wieder wirklich angerührt, weder auf YouTube noch privat, glaube ich. Und ich muss sagen, seitdem hat sich definitiv einiges getan. Und gestern, oder, nee, vorgestern war das, genau, aus Heiter im Himmel hab ich irgendwann mal durch meine Steam-Liste geschaut und hab gesehen, ey, Nucle-Yard-Rome, das hast du doch eine Zeit lang gezockt. Hab das Game angemacht, hab vier Stunden oder fünf Stunden in die letzten zwei Tage schon wieder investiert. Hab so gut wie alle Charaktere freigespielt, denn da wurde mittlerweile auch einiges getan. Du beginnst, wie man Charaktere freispielt, was ziemlich cool ist. Äh, so die wichtigsten hab ich, äh, mittlerweile freigespielt und, äh, ich würd sagen, wir steigen wieder wunderbar ein in Nucle-Yard-Rome, denn eine Sache, die sich ebenfalls nicht geändert hat, ist, dass ich noch nie den fucking Nucle-Yard-Rome erklommen hab. Weder auf YouTube noch privat und ich würd sagen, ähm, wir kennen das ja, wie in allen Roguelikes, zu Beginn ist man ziemlich scheiße und man wird progressiv immer, 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 immer besser. In Binding of Isaac ist das bisher zwar bei mir noch nicht eingetreten, aber ihr wisst, was ich meine. Vorher hat man in Binding of Isaac Probleme noch in den Depths gehabt und dann vielleicht später noch in der Woomp, aber irgendwann geht das so über und man, äh, man erlernt natürlich die ein oder andere Sache. Und, ich denke mal, Nucle-Yard-Throne wird das nicht viel anders sein, deswegen steigen wir ein und, äh, hauen jetzt mal ordentlich hier Nucle-Yard-Throne-Parts nach Nucle-Yard-Throne-Part raus. Äh, vorher allerdings, übrigens, da das ja komplett neu ist, gibt's mittlerweile auch ein Menü-Screen, was ganz cool ist. Wir können ja mal ein bisschen durchschauen. Stats finde ich sehr geil, äh, denn ich bin, äh, in dem Fall einfach extrem statgeil und man kann hier sehen, wie viele Runs man overall natürlich gemacht hat, wie viele Deaths, Wins, wie oft man eben gespielt hat, letztend, oder generell gespielt hat. Und, ähm, Unlocks und der Best Run mit jedem einzelnen Charakter übrigens, was extrem cool ist. Was man hier eventuell noch einführen könnte, ist, ähm, damit man wirklich hier jede einzelne Stat-Kategorie abgedeckt hat, wie viele, ähm, oder mit welcher Waffe man die meisten Kills gemacht hat. Und, ähnlich wie das Beastiary in, äh, Binding of Isaac, was ebenfalls extrem geil ist, wie viele, wie viele Gegner man gekillt hat und wie oft man eben von den, äh, letzten Endes gekillt wurde. Und man sieht übrigens auch hier die Playtime, wie angesprochen, eben mit den einzelnen Charakteren. Und anscheinend hab ich den YV mit das meiste reingesteckt bisher, was mich nicht wirklich wundert. Chicken hab ich übrigens auch unlockt vor kurzem. Und, genau, Crystal und YV, da hat sich nach wie vor nichts getan, definitiv meine Favoriten. Wobei Plant übrigens mit der Rechtsklick-Ability auch ganz cool ist. Aber, übrigens mittlerweile gibt's auch Weeklys, was extrem cool ist. Aber, wir machen das so wie damals, wir machen ein, zwei Normal-Runs und dann hauen wir den Daily hinterher. Und, äh, was ich übrigens auch schon gemacht hab, ist ein paar Golden Weapons, äh, nämlich hab ich hier unlockt. Und zwar, und mittlerweile auch schon eine Crown. Einmal war ich im Crown-Room, keine Ahnung warum. Aber ich hab jetzt hier für Fish den Golden Grenade Launcher, was nicht die beste Waffe ist. Ups. Nicht die beste Golden Weapon, die man sich, äh, gönnen kann. Hier den Golden Crossbow mit Crystal. Zu Beginn nicht wirklich gut, aber später auf jeden Fall. Für Eis hab ich noch nichts, für Melting ebenfalls noch nicht, für Plant nicht. Für YV logischerweise Golden Revolver, ich glaube. Ich mein, ich war neulich in YV's Mansion mit ihm, aber naja. Für ihn hab ich die Golden Machine Gun für Steroids. Und für Robot, für Chicken und für Horror in dem Fall noch nichts. Aber Chicken möchte ich, ehrlich gesagt, das Sword auch nicht wirklich hier auswechseln. Ich würde sagen, wir sind zurück in Nuclear Throne. Und dann nehmen wir natürlich den Main Character, nämlich Fish. Und dann würde ich sagen, ja, Report. With my hands. Äh, fangen wir mit, äh, machen wir mal mit dem Revolver. Wollen wir mal hier Golden Grenade Launcher, natürlich. Also natürlich, die Ability ist immer noch dieselbe. Mit Rechtsklick können wir hier ne ordentliche Rolle machen. Und unser Throne Bud, was ja quasi unsere Rechtsklick Ability verstärkt. Bei Crystal nicht unbedingt. Da würde ich sagen, es ist sogar ein bisschen schlechter. Je nach Umstand allerdings. Ähm. Durch Rechtsklick haben wir eben, äh, ich glaub, quasi ne Barrel Roll. Dann können wir das hier, also wenn ich jetzt Rechtsklick drücke und gedrückt halte, haben wir nur so eine kurze Rolle. Und wenn ich Rechtsklick gedrückt halte, mit Throne Bud, dann können wir uns durch die ganze Map tumblen. Wir nehmen logischerweise, also wir sind nicht Invincible währenddessen, sondern wir nehmen natürlich weiterhin Schaden. Und deswegen ist daran auch absolut gar nichts OP. Und da haben wir auch schon Throne Bud, Water Booster ist das Ganze, genau. Und jetzt halte ich mal Rechtsklick gedrückt. Und dann können wir uns hier wunderbar sehr schnell durch die Map bewegen. Haben einfach ein bisschen mehr Kontrolle. Mehr oder weniger, je nachdem, ob man mit schnellem Movement besser oder schlechter zurechtkommt. So schnell will ich mich hier nicht geschlagen geben. Auch wenn es nicht der Daily ist, aber dennoch. Sind gerade erst zurück. Und da, ups, hoffe ich mal, dass wir die ein oder andere gute Schose hier durchkriegen. Bin ja auch mittlerweile schon ein bisschen in Cigarette geübt, das heißt. Und natürlich, Beinung auf Weitergespiele ich weiterhin. Das heißt, Roguelike-technisch bin ich hier definitiv nicht eingerostet. Das ist nach wie vor eines meiner Lieblings... Ja, Rentsch mit. Meiner Lieblings, äh, Genres. Oder da fast Level 3 sogar erreicht, nicht ganz allerdings. Jetzt haben wir auch gleich den guten Banditen, der übrigens auch mittlerweile ein sehr gutes Intro bekommen hat. Jeder einzelne Miniboss, um genau zu sein. So auch Little Hunter. Ist auch nervig, der Typ. Und hier haben wir das Intro. Big Bandit. Und dann suche ich schon mal direkt ein bisschen Schuss am... Schuss. Ja, ein bisschen Schutz. Logischerweise vor dem Kollegen. Wir können natürlich, wie ihr seht, während der Barrel Roll können wir auch ohne Probleme weiterhin schießen. Und die Schüsse können wir mit dem Wrench auch schön repellen. Oder von den Scorpions zumindest, ähm, in Luft auflösen. Disc Gun, ne. Nö, ist Fündchen. Nicht meins. Können wir gegen Rebel allerdings, äh, gegen Bandit allerdings benutzen. Okay, dankeschön für die HP. Machine Gun nehme ich mal mit. Ah, ich glaube... Ja doch, Machine Gun und, äh... Laser Pistol ist eine ganz gute Kombo, glaube ich. Max HP oder Summon Kills Regenerate HP. Nehmen wir erstmal Max HP. Nehme ich ja eigentlich immer mit, weil... Last Day Before Retirement. Noch nicht ganz wahrscheinlich. Jetzt werden wir gerade erstmal zurück. Und wie oft übrigens jetzt hier ein Nuclear Throne kommt, kann ich natürlich nicht genau sagen, aber ich werde auf jeden Fall... Ich habe wieder Feuer gefangen mit dem Game und deswegen wird es auf jeden Fall nicht wenig werden. So viel kann ich nochmal sagen. Ich werde auf jeden Fall ein... Ein wichtiger Teil auf meinem Channel werden. Fuck you. Man wird doch mal hier die ganze Rat mitnehmen können. Oh Gott. Okay. Okay, 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 okay. Ganz ruhig bleiben. Unten haben wir noch eine Rattenmutter anscheinend. Ja. Ja. Ab. So, den Kollegen da unten lasse ich mal leben. Ich werde nochmal hier den... Flameshot. Gerne. Flameshot gun ist eine richtig geile Waffe. Hat einen schönen Damage over time, wenn wir Gegner damit treffen. Ist ja herrlich. Okay, war sogar der letzte hier. Wir können übrigens auch mittlerweile in dem Screen wunderbar die Waffen wechseln, was extrem cool ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, was Patience genau bringt. Ich sollte mal im Wiki wahrscheinlich nachschauen. Ähm. Platoni im Hang. Ja, ja. Habe ich bisher noch nicht wirklich mitgenommen. Deswegen gönnen wir uns das mal. Kann nur von Vorteil sein. Und jetzt sehr schön der Damage over time von der Flameshot gun. Ich würde sagen, den kann ich mich auf jeden Fall down haben, weil der könnte problematisch werden. Dann haben wir die ganzen Assassins, die hier rumlauern. Sehr gut. Red Kanaster haben wir schon mal. Range wäre hier natürlich jetzt, oder generell eine Melee-Waffe mit einigermaßen akzeptabler Range. Wäre hier auf jeden Fall nicht schlecht. Das letzte haben wir unter anderem auch. Uah. Red. So leicht ein Double Kill werden. Da hat er keinen Bock gehabt. Okay, da haben wir noch die Weapon Chests direkt. Dann gönnen wir uns gleich. Und das Golden Car haben wir da auch. Leider keinen Screwdriver. Deswegen ist YVs Menschen gerade off-limits für uns. Es könnte sein, dass er unten ein Screwdriver ist. Aber er möchte nicht wirklich... Aber wir haben nur den Golden Grenade Launcher als Fisch. Jackhammer, keine Ahnung. Extrem geiler Finishing-Move von Goldberg. Aber in Nuclear Throne kann ich mit der Waffe irgendwie nichts anfangen. Also eine Melee-Waffe mit Ammo. Nicht meins. Man hat auch eine extrem kleine Range. Ja, 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 ja. Mit dem Water Boost schön in Sicherheit gebracht. Hoffen wir mal, dass die Kollegen das Portal da, das Heaven's Gate, nicht in die Luft sprengen. Sonst haben wir ein kleines Polizeiproblem. Also lange wir da außerhalb... Uh. Außerhalb der Range bleiben. Sollten wir da safe sein. Ich hab da erst nur ein... Genau. Ein Sniper Rifle-Kollege da. Ein Neighborhood Sniper. Der da eventuell Damage machen könnte die ganze Zeit. Da oben haben wir die Weapon Chest. Äh. Oh ja. Heavy Crossbow, aber hallo. Aber hallo nehm ich den Heavy Crossbow. Geil. Some Kills regenerate HP. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch Big Dog. Direkt als... Mit dem wir uns rumschlagen müssen hier. Nächster Boss. Oh weia. Jungs. Stress. Ich hab' hier mit. Dieser dreckige... Sniper. Machen wir auch retry. Weiterhin mit äh... Mit dem Revolver. Grenade Lauchère. Gerne. Können wir zu Beginn noch benutzen. Oh. Doppel Machine Gun. Cause one is too mainstream. Cross... Ja. Okay. Jetzt haben wir definitiv was. Wir haben Machine Gun. Und den Crossbow. Crossbow sowieso nach wie vor meine Lieblings Tier 1 Waffe. Direkt danach kommt eigentlich schon... Die Lightning Pistol. Jede Art von... Toxic Crossbow ist ein bisschen schwer muss ich sagen. Gerade in so Sachen wie Suor oder so. Wobei man das da natürlich relativ selten findet. So früh im Game. Ähm... More HP und Ammo Drops. Äh... Nehmen wir erstmal weniger Enemy HP. Kommen wir schneller durch die Stages. Und nehmen dadurch hoffentlich auch ein bisschen weniger Damage. Je schneller wir die killen. Pop Gun. Näh. Nicht meins. Ne Hip Hop Gun wäre besser. Es ist halt ein bisschen wie Number One in Isaac. Mehr oder weniger. Es ist einfach ein Ammo Problem mit einer Zeit. Ich habe das Gefühl, es macht irgendwie generell ein bisschen weniger Schaden als eine Machine Gun und ähnliches. Kann aber auch nur... Mein Gefühl sein. Das wird es wahrscheinlich auch sein. Oh. Ne, 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 ne. Dann nehmen wir Schaden. Ja, okay. Haben wir sowieso. Na, man meint. Okay. Ich war hier mal kurz, weil der Kollege bricht er sowieso durch sämtliche Wände. Scheint aber nicht willig zu sein gerade. Jawohl. Schön brav auch noch AP gedroppt. Ja, mh... Okay. You got me, Game. Slashhammer finde ich gut. Super Range. Kann man nicht klagen. Machine Gun schon wieder. Ich merke schon, was das Game hier vorhat. Aber ich bleib bei meinem Crossbow. Äh... Das ist ziemlich gut, weil ich sowieso immer keine AP habe. More HP from Mad Kill. Äh... No damage from explosions and fire when under 4 HP ist, glaube ich, ein bisschen besser. Gerade... Ja, das hätte uns eventuell den letzten Run noch gerettet. Weil wir direkt quasi von der Explosion draufgegangen sind und... Nur indirekt vom Sniper. Ratten... Mutter schon wieder und wir haben... Nicht wirst du in Anführungsstrichen Reload Time mit der... Mit dem Slashhammer. Ups. Da schon wieder eine Flameshotgun. Leider nicht. Come at me, bros. Yes. Verstecken ist ja nicht, mein Freund. Wir nehmen das head on hier. Leichter Jumpscare. Okay, einer hat, glaube ich, schon die Waffe gezückt. Na, oder? Ist es das... Ah, komm, noch ein bisschen... Ja, danke schön. Sehr gut. Komm schon ein bisschen näher, denn ich beiße dich nicht. Yes. So, 4 AP. Extra chest spawn. Shads bounce further. Ah, chest spawn. Oh, zwei Red Kanaster. Hm. Und direkt am Start. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wrecked. Achtung, die Sniper explodieren natürlich. Äh, la-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Natürlich auch. Golden Car haben wir hier. Okay, ich glaube, wir haben ihn erwischt. Was kompletter Lack... Kompletter Lack war übrigens. Ja, haben wir... Ah, Red. Okay. Na, gut. Ein HP übrigens. Machine Gun. Es gibt einen Full-HP-Perk. Leider haben wir keinen Level abbekommen. Okay. Okay. Und da war noch einer anscheinend. Noch ein Sniper. Ich riskiere die Red auf jeden Fall nicht. Das ist... ...extrem gefährlich gerade da unten. Hörst du, ist der! Okay. Die sind alle irgendwie ein bisschen lebensmüde. Nee. Okay. Nee. Okay. No. Ach, kann man jemanden mit einem HP... Fake Ammo-Chest. Alles klar. Okay, machen wir den Daily, würde ich sagen. Das kann ja nur nichts werden. Aber schauen wir mal. So. Der Unterschied zwischen Daily und Weekly ist nicht nur, dass ein Daily logischerweise Daily ist und ein Weekly wöchentlich, sondern, dass es im Weekly auch noch bestimmte Kriterien gibt. Das heißt zum Beispiel, dass ein Charakter auf jeden Fall vorgegeben ist und dass der mit einer bestimmten Waffe oder sowas startet, was ganz cool ist. Crossbow? Double-Crossbow wäre geil, aber leider sind wir nicht Steroids. Soft Rifle. Yup. Okay. Good start. Good start. Wir nehmen natürlich Throne Butt. Das kann uns aus einigen heiklen Situationen noch retten. Boah, dieser Scheiß-Skorpions da, ne? Die sind gerade ziemlich auf der Klötze. Genauso wie die ganzen anderen Bandits hier. Shotgun. Uh, what a boy. Natürlich Double-Skorpions macht Sinn. Nicht so der Fan davon, der Assault Rifle zumindest zu Beginn findet die Maschinen gern irgendwie ein bisschen besser. Leider kein Level Up. Die großen Kollegen werde ich hier schon mal aus dem Weg haben, damit ich mich gleich hier One-on-One, im besten Fall mit den Bandits, beschäftigen kann. Und die Pop-Rifle, nein danke. Nicht interessiert. Plus 4 AP. Thick Skin. Voller Rhino Skin. Ansonsten besser, logischweise auch Thick Skin. Davon mal abgesehen. Oh. Okay. Sehr gut. Oh. Nicht so gut. Also den Zähler habe ich ein bisschen langsamer fortbewegen. Wollen wir hier doch. Teilweise Gegner ein bisschen schlechter sieht. Und die gerne auf Körperkontakt gehen. Die meisten. Dump. Double Shotgun. Aber nicht. Elendlich lange Reload-Time. Naja bleibe ich mal bei meiner bisherigen Waffenkombi. Habe ich irgendwas übersehen? Ich schaue nochmal nach. Wir haben ja zum Glück Waterboost. Damit geht das einigermaßen fix. Ich glaube, wir haben hier alles mitgenommen. Allerdings. Sewer haben wir damit hinter uns. Das heißt, unser Kryptonit. Bisher zumindest. Der Scrap Yard. Kommt als nächstes. Most Hit Bullets bekommen Ammo. Zählt übrigens nur für Machine Gun, Revolver und Assault Rifle und Pop Gun. Dann. Ja. Scrap Yard. Größtenteils hierfür eigentlich. Nicht vergessen, es ist der Daily. Von daher wollen wir uns natürlich einigermaßen gut schlagen. Deswegen. Nehmen wir hier jede Sicherheitsmaßnahme, die wir kriegen können. Und erstmal müssen wir am Scrap Yard vorbeikommen. Nice Prime. Auto Shotgun. Das sind ein wenig Bullets. Der bräuchte halt Stronger Back. Dann wäre ich da auf jeden Fall dabei. Na, fuck. Das war nochmal das Gute an seinem Throne, weil du beginnst, dass man hier nochmal den Portland weichen kann. Weil ich glaube, wir haben den Kanasta nicht mitgenommen auf dem Level. In dem Level. Okay, das war gefährlich. Nehmen wir mal die Auto Shotgun für den Moment mit. Wir sind irgendwie heute extrem klauselig, habe ich so das Gefühl, mit HP Kids. Kann das sein? Das könnte der Kanasta gewesen sein. Das hat zumindest dann raus. Ich höre schon die Sirene. That's the sound of the police. Laser Pistol. Das muss nicht unbedingt sein, ehrlich gesagt. Letzter Gegner haben wir da. Ja, komm. Bleiben wir bei der Auto Shotgun. Nice try. Idiot. Haha. fucking vultures 3-3, das war sogar BigDogStage, sehe ich gerade Results, schauen wir mal rein 715, ne? 15. 10. Äh, haben wir GlobalStats, ja. Wir können aber hier ebenfalls nicht, oder? Ah doch, wir können sogar hier einigermaßen durchscrollen, top, da haben wir's. 7-3, äh, ich hab das ist all, hm, das könnte Horror sein, aber von der Farbe her würde ich sagen, das ist Crystal, ja, muss eigentlich Ultra Crystal oder sowas sein. Bei Wii haben wir ebenfalls da, okay, 715, sind wir letzter oder was? Ne, oder? Ne, natürlich nicht, okay, das war ja, friendless logischerweise. Okay, sind zumindest bis 3-3 gekommen, ein weniger als, äh, hier, Kollege Rebel mit 3-2, wobei der trotzdem mehr, ne, genau dieselben Punkte hat. Naja, egal. Ich würde sagen, aber allerdings, das lief doch einigermaßen passabel, deswegen machen wir noch ein Run mit Fisch, so als Upsucker quasi. Und dann war's das für die erste Episode. Mein, äh, Kryptonit übrigens, als ich hier, ähm, woops, privat bisher gespielt habe, war, oder das weiteste, das ich bisher hatte, war, äh, die Labs, glaube ich, direkt nach, ähm, Sword Rifle ist ja gut. Direkt nach der, äh, Ice Stage quasi, das Laboratory. Das ist bisher so das Maximum, das ich bekommen habe. Ne, natürlich Open Mind für mehr Chest Spawns. Oder mehr Ammo von Chest Spawns. Ups. Voll ins Leere, aber mehrmals. Wir haben bisher noch keinen Red Scorpion gesehen, was ich ganz gut finde, weil, die ist dann echt scheiße nervig, ich wrench nämlich mit. Zerstört Projektile. Ja, zwar klar, dass es Double Scorpion da unten ist. Das merkt man schon an der Menge auf jeden Fall. Apropos Menge, what the fuck ist hier los? Ah, ich habe die meisten Schaden habe ich gerade von dieser kleinen Made genommen. Fall Contact Damage. OP. So, Red kann er es da mitnehmen. Noch eine Marder haben wir da, genau. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch den Herren, ne, da haben wir noch einen, den Herren Big Bandit. Hm, ich habe ihn sogar mit seiner eigenen Bullet gerade noch mal erwischt. Triple Machine Gun ist, äh, Waste of Ammo. Meiner Meinung nach. Rhino Skin? Jedes Mal. Aber irgendwie, keine Ahnung. Gehe ich dadurch trotzdem schnell down. Aber irgendwas, irgendwas hat es mit dem Perk auf sich. So, dass die Kollegen, ähm, explodieren ja hier in mehrere, ähm, toxic Dinger. Allerdings, wenn wir das mit einer Millie-Waffe ausschalten, dann, durch diesen Wish-Effekt quasi, ähm, werden wir direkt los, die zu uns kommen würden, diese toxic Dinger. Deswegen, Millie gegen die Kollegen auf jeden Fall. Stress. Das Glück hat der Kollege gerade eben nicht geschossen, übrigens. Üff. Okay, Double Weapon Chest, das ist natürlich super. Oh mein Gott. Der Besucher ist useless, aber Flame Shotgun... Yes. All day, every day. Machen wir noch dieses Shells Bounce Further, oder wie es heißt. Mutate later. Ähm... Das könnte uns zum Verhängnis werden. Platonium Hunger. Ich meine, HP-Kids geben euch 4 HP. Du bekommst sowieso keine HP-Kids in letzter Zeit, habe ich so das Gefühl, aber... Laser Rifle? Ja. Natürlich. Aber ja, ab zwei oder vier APs, macht dann eben nicht so viel Unterschied, wenn man sowieso keine bekommt. Flare Gartner. Näh. Wir haben schon hier ein bisschen was flamentechnisch, da brauchen wir nicht noch mehr. Man muss ja nicht immer flamen, ne? So, bevor ich mich um den da kümmere, schaue ich nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Genau. Ein paar Shells noch gegönnt. Und dann war's das schon für Scrapyard One. Auf zu... Scrapyard Two. Das ist ein ganz guter Spawn eigentlich. Da sind wir einigermaßen safe, vor allem. Dankeschön. Endlich mal ein... Health Kit, das hier gedroppt ist. Meine Herren. Das sind einige ums, äh, Polizeiportal. Nicht gut. Kommt der Kollege hierher? Kann ich nicht. Das ist ein bisschen mehr Laser Ammo wäre auf jeden Fall gerade angebracht, hätte ich gesagt. So, die letzten Gegner, die können wir sogar rausbaiten. Zumindest die ganzen Geier, die da sind. Da ist auch schon einer. Bei den Rebels wird's ein bisschen, oder Bandits wird's ein bisschen schwerer. Oder wir sind einfach nur extrem vorsichtig jetzt. Das ist jetzt schon, dass es ein Fehler war. Was haben wir hier? Maschinen. Hm. Aber nur noch extrem wenig, ähm... Okay, Energy, sagen wir's auch schon. Ich hoffe, das zählt nicht als zerstörtes Portal. Ähm, dum-dum-dum-dum. Strong spirit, why not? Offene Areas. Ich komm damit nicht klar in dem Game. Oh God. Oh lalalalala. Wir haben uns ja extrem lange gerade auf jeden Fall überlebt. Meine Herren. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich den beiden Snipern da letzten Endes gedocht bin. Aber die waren auf jeden Fall das Problem. Generell große Areale sind, äh, sind definitiv problematisch für mich. Mein Gott. Wir können jetzt nochmal durchschauen bei, äh, Settings. Das hab ich ganz übersehen. Wir können, äh, mittlerweile die Controls... Oh, wir haben Auto-Aim sogar. Ich glaube, das ist eher von Nachteil, ehrlich gesagt. Ähm... Ähm... Die Screen-Größe können wir manuell natürlich, ähm, einstellen. Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber man hat, äh, natürlich außerhalb von diesen schwarzen, äh, Bars. Wenn wir jetzt zum Beispiel den, den Screen nicht 800x600 machen, sondern 800x1000 oder sowas. Dann haben wir eben noch so ein interessantes Muster, das man eben auswählen kann. Und, ähm, das ist quasi... War das hier? Nee? Was bei Game? Oder was bei Game? Auf jeden Fall kann man das irgendwo noch einstellen. Ich weiß noch gar nicht wo. High HD kann man ebenfalls machen. Crosshair haben wir ebenfalls verschiedene. Okay, das ist auf jeden Fall für YV, ja. Aber ich glaube, ich bleibe beim Standardmäßigen, das ist schon ganz okay. Side Art, das war's, genau. Da können wir hier zwischen acht verschiedenen wählen. Und, äh, die sind eben angepasst an die einzelnen Charaktere. Bossintros können wir ebenfalls ausschalten. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, weil teilweise macht das ein bisschen... Das Game kaputt, weil man eventuell gerade... Direkt in der Zone ist und dann kommt irgendwie der Big... Das Big Dog Pop-Up oder, äh, der Big Bandit Pop-Up. Könnte von Nachteil sein. Stream Key haben wir ebenfalls, was nicht schlecht ist. Größer? Okay. Mouse Lock können wir ebenfalls einstellen. Also... Ähm... Achso, Delayed Data ist. Oh ja, okay. Generell auf jeden Fall einige Sachen, die man auch einstellen kann. Was natürlich wunderbar ist. Und, äh, ja. Dann war's das für die heutige erste neue Ausgabe von Nuclear Throne. Ähm... Ich denke mal, wir werden nochmal die ganzen Charaktere durchgehen. Denn es gab ein paar Charaktere. Um genau zu sein, fällt mir zumindest gerade einer ein. Der auf jeden Fall, ähm, unglaublich genervt wurde. Aber ich glaube, das haben wir schon in einem der... In dem letzten Part, äh, am 10.06.2015 schon, äh, mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das da schon geändert wurde. Aber ich glaube schon. Äh, ansonsten, ja. Äh, nächstes Mal dann natürlich Crystal als, äh, Daily und als, äh, Standard Run, logischerweise. Aber das war's erstmal für die heutige Ausgabe von Nuclear Throne. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil von Nuclear Throne. Wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.